So Leute, Baller Casino wieder am Start. 3.33 Uhr haben wir das. Heute ist der siebte, zwölfte. Ja, wir sind bei Kazumo, wie ihr seht. Ich habe ein Geschenk bekommen bei Kazumo. Das bekommt man ab und zu, wenn man da länger nicht mehr online war. Wenn man da was einzahlt. Ich habe jetzt 30 Euro eingezahlt. Dann habe ich 100 Freirunden bekommen. Bei Finn ist es wirklich Spin. Das hatte ich auch schon mal gefeatured. Das hatte ich schon mal gefilmt. War eigentlich ganz nett. Nur, lass uns mal starten das Ding. Und dann schauen wir mal, was das Ding so kann. Mal sehen, gleich mal 100 Dinger hier einstellen. Und dann sehen wir. mal 100 Dinger hier einstellen. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das ist ja mal nicht schlecht. Keine Ahnung. So. Mal gucken wir mal. Einen von vier Schlüssel. So. So hier drücken. Schauen wir mal. Was abgeht. So. 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 Wie das Ding einfach mal so eskalieren kann. 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 Wie das Ding einfach mal so ist. Wie das Ding einfach mal so eskalieren kann. Wie das Ding einfach mal so ist.